Ich sag da bestimmt, wenn ich sterbe. Oh, yeah! Deine Leiche bewegt sich immer noch. Super. Ja, ich weiß, worum es geht. So, was ist denn los hier? Bei mir ist schon wieder der... Machen wir es einfach so. ...der Client-Info am senden. Ich geh mal kurz unten ins TS und... Und einer kann von denen unten... Lol, was geht denn hier schon wieder ab? Ich weiß, ich lag vielleicht nicht so lange, dass es sich lohnt, dass ich mich nicht mehr... Ey, ganz ehrlich, kommst du auf den Server und der Lead wird gehen nur am Ausrasten. Lololololololol... Und der Nibohnt auch schon wieder... Ich will den erschießen, der macht mir Angst. Ich bin aber innocent. Ist egal. Ich hätte sich fast tot gelacht. Achso, schon wieder. Wie er lacht? Alter! Helmi hat Leute erschossen. Oh nein? Helmi war traitor, kannst du Gott umgeben, ich bin direkt Cut! Der Detective hat den Terroristen seine Eier weggeballert. Das ist für mich Freifahrtschein. Was ist denn das hier? Steven steht drum rum. Ich weiß. Steven? Warum stehst du drum rum? Weil ich mir gerade eine Nachricht von Marty anhöre, der jetzt gleich wieder da ist. Google mal. Das ist ja auch keine deutsche Marke. Deine Augen, ey. Geh mir weg, du. Verfolge dich jetzt einfach holster die ganze Zeit. Hallo Frodo. Was geht da oben ab? Steve, ja? Neebot ist da oben. Wann bist du wounded? Ich bin wounded, weil Steven auf einmal angefangen hat, mich mit seiner Spitzhacke singen. Den hab ich nicht confirmed. Da ist einer unkonfirmt. Willst du jetzt gestoppt? Nee, ich hab keinen Schaden bekommen. Innocent. Kannst du das bitte nochmal machen, es wurde nicht für alle angezeigt. Nee, Steven kann nicht Traitor sein, weil sonst hätten wir schon gewonnen. Ja. Eigentlich fällt das bereits tot. Aber er ist freiwillig runtergesprungen. Hm. Wie kann man nochmal in Objekte reingehen? Oh, da oben steht da jemand. Hallo Snappy. Ja, nein, ich bin Snappy. Okay. Wie kann man nochmal in Objekte reingehen? Ja, ich bin auch die Nachte Tussi. Warte mal, ich probier mal was. Okay, es war nicht Snappy, schade. Aber du warst Hurt und... Megmi, nein! Ich hab nie gesagt, warum ich Hurt war! Ist mir egal! Sorry, 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 sorry. Sorry, sorry, das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Michael, easy. Helmi, wir tauschen dich jetzt aus gegen Jessie. Wir brauchen mehr Viper. Ja. Das kann nur einfach drinnen bleiben. Das ist noch lustiger. Aber wirklich, warum tauschen wir aus? Weil, wenn's zu viele wird, wird's chaotisch. Haiyo, haiyo! Was sagen die anderen? Ich kann nur gerne rausgehen, das ist kein Problem. Alter, ich zoome so weit raus gerade aus der Map. Ihr seht aus wie Ameisen gerade. Only Survivor. Einen wurde schon aufgescheuert. Oh my gosh! Hallo! Hey! Das war ziemlich besser. Hey! Nackte Frau! Ja? Traust du dich, diesen Käse hier zu holen? Nein! Halt! Achso, hier ist gar kein Durchgang. Steven! Steven ist bei mir und ich werde ihn gleich erschießen. Oh, nice! Weiter so! Oh nein, ey! Steven! Ich bin mit rück hier! In der Channel! Ich bin mit rück hier! In der Channel! Nerv mich nicht, Steven! Ich bin der Katze von Schreckswipe! Ich glaub nicht! Passt mal auf Biodopus auf! Der läuft da hinten die ganze Zeit hinter jemanden! Hallo Kitty! Ja, ja! Der ist Dete! Ach der ist Dete! Der ist Dete! Der ist Dete! Kurz mal ein Rifle gesnappt! Ich hab keine Ahnung! Und mit Glock am Start will ich nicht! Ich hab meinen Freund verloren! So! Du hast keine Freunde! Oh! Snappy ist Hurt! Snappy ist Hurt! Du weißt auch warum! Weil ich vor dir weglaufe und dabei runtergesprungen bin! Ich glaub Snappy hat sich mit irgendjemandem gebattelt! Du läufst mir die ganze Zeit hinterher du kleiner Lügenbeutel! Ich schaff's fast! Ich glaub ich schaff's! Ich kann mich nicht umdrehen! Ich will nicht wissen wer da mehr gestorben ist! Der von Diabetes! Ich bin fast oben! Der hat da oben geschossen! Aua! Ich bin fast oben! Das war sauerhaft! Der hat mir gesorgt Frodo anzuschießen! Hängt er... Hängt er... Hängt er... Hängt er dem Luftdingen fest? YES! NEIN! What the fuck? Was macht er damit? Ich hab's schon ein paar Mal geschafft! Da musst du ganz kurz sein! Warum?! Hahaha! Alter Bad machst du das? Nein! Das ist witzig! Papa mach's nicht! Du bist geschossen! Du bist weggeschleudert! Ich hab einen Terroristen getötet! Guten Tag! Es war... Warum bin ich gestorben? Den hab ich gerade getötet! Dez bleibt nur noch einer! Wer ist der andere Traitor? Nein! Wenn ich... Ich kann ja gar nicht Traitor wären, ich bin ja tot jetzt! Ich möchte kurz... Ich hab Angst vor euch! Alter! Warum bin ich denn jetzt gestorben? Können wir das ganz kurz nochmal bitte klären? Ja das frag ich mich auch... Aber hä?! Ich bin doch weggeschleudert worden auf einmal! Aber hä?! Nee das ist die Physik wenn du da hoch gehst! Das ist ziemlich merkwürdig! Warum hat... Warum ist die Physik bei dir nicht angegangen? Warum ist bei dir die Physik aus? Je weiter du höher kommst, desto größer so eine Maus ausschlagt. Wenn du halt so ein bisschen nach links gehst, wirst du irgendwie nach links geschleudert. Du musst halt die Maus ganz ruhig halten. Ich glaube, ich habe meine Hand nicht mal an der Maus gehabt. Sehr merkwürdig. Aber egal. Warum steuern wir weg? Was ne dumme Scheiße. Wieso sagt man mir denn sowas nicht? Ey, weißt du, Bad guckt mir dazu. Ich hoffe, du stirbst, Bad. Ich hoffe, du fällst da runter. Wie warm bist du? Hatte meine Hand nicht an der Maus? Spielst du spielen mit Joystick? Nein, aber ich habe in dem Moment beim Laufen die Hand von der Maus genommen. Weil ich wollte mich eh nicht umdrehen. Nein! Oh, Scheiße. Ah, Steven ist gestorben. Wie schade. Ich bin runtergefallen. Ich bin eine Kaxe. Das bringt doch nichts, der wird uns halt gegenseitig töten. Wobei wir immer runterfallen. Ist das die Leiche, Mann? Wo ist das die Leiche, die mich da drauf schießen? Ah, hier ist es. Da unten, rechts von der Tür. In der Ecke. Warum hast du so viel... Papa hinter dir. Er schießt da. Was ist das? Was ist das? Sie schießen auf meine Leichen. Was ist mit euch los? Someone killed the Ghost Rider. I don't even know why. Papa hinter dir. Was willst du? Irgendeine Probleme bei dir. Hey, Papa. Ich bin dein Geist und ich bin die Leiche bei dir. Findest du das gruselig? Ich will, glaube ich, sterben. Ne, will ich nicht. Da, da kommt jemand. Irgendwer hat gemeint, ich soll Bad töten. Also hab ich Bad getötet. Oh, Bad war innocent. Das ist ärgerlich. Hör auf, ob ich zu schießen, Mann! Botze. Botze. Irgendwer hat gesagt, ich soll ihn töten. Ja! Siehe ich! Der Geist! Geisterfrut hat das gesagt. Ich bin untergefallen. Nur so. Gott. Ich hab ihn schon kontrolliert. Der ist Echo. Es lebt doch noch mehr als ich gedacht hab. Ne, die sind bloß alle im Stil hier im PS. Er tötet mich einfach nur, du Spack. Voll krass. Nein! Aber wenn ich den kontrollieren würde, muss ich den untergehen. Schwerkraft, Mann, Alter. Fein. Belev. Das war nicht die Schwerkraft. Also, nur so halt. Das war Schwerkraft mit Glitch. Ne, aber dann muss ich wieder hochgehen. Dann kann mich jeder abknülen. Kannst du nicht rückwärts da hochlaufen? Er kann doch gar nicht der Traitor gewesen sein. Oh, ich hab ihn innocent getötet. Ja, natürlich. Sonst wäre das Spiel vorbei, oder? Aber Viola bist verdächtig. Ha! Das sind random kills. Geil. Das sind random kills, ey. Ich hab gar nichts gemacht. Boah, dieser Blut im Gesicht. Boah, Alter. Ohohoho, übel, ey. Ihhh, großartig. Aber das macht auch gar keinen Sinn, dass der Stormtrooper getroffen hat. Doch, die müssen immer getroffen werden. Scheiße, das ist erschreckend logisch. Nein, aber ich wurde ja vom Stormtrooper getroffen. Das ist echt logisch. Ne, es ist aber genauso. Es ist doch wie in Star Wars Episode 1. Äh, Quatsch, Episode 1. Äh, Quatsch, Episode 1. Nein, ich mein, äh, in der ersten. Ne, wenn man rauskommt. 4. Genau, in 4. Das ist, wenn man so alt ist, dann ist das so. Ähm, wo Obi-Wan sagt, glaub ich, dass nur Stormtrooper so präzise schießen. Die schießen auch so präzise, aber nur gegen Leute, die unwichtig sind. Ja. Piu, 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 piu. Super, ich bin Detective und bin runtergefallen. Nice. Oh, und nein. Jungs, ich bin im Puppenhaus, ich hab alles im Blick. Oh, scheiße, sorry. Setz dich mal mit auf die Couch. Der schießt da gerade. Hallo, hallo, Leute. Leute, Leute. Der hat hier gerade oben, äh... Hier ist jemand tot, glaub ich. Oder ist das ne Leiche? Ne, Alter, da sind die... Könnt ihr den mal bitte? Könnt ihr fliegen mal unten die Leiche? Hier ist jemand tot, glaub ich, oder ist das ne Leiche? Das ist ne Auk. Wenn jemand ne Auk hat, töten. Leute, ich hab den schon getötet, den Traitor. Der ist so. Der liegt da unten. Desmonta01. Ja. Da war eine Geisel und ich werde sie fallen lassen. Warte, Lead. Halt sie fest. Nein. Ich schieße in den Kopf. Okay. Nein. Scheiße. Fuck. Hat jemand Lust auf Käse? Scheiße. Bist du dich schon wieder gestorben? Oh, Bad kommt auf mich zu? Bad gehst du bitte weg? Ich sterbe nie hier. Man, Bad hier ist niemand, hier bin nur ich, also verpiss dich. Ach so, Lead hat da ne Leiche, okay. Wenn ich, wenn ich schreie ist es Bad, okay, Bad ist es anscheinend nicht. Und gleich schreit jemand. Und gleich wird jemand schreien. Wir alle durch Fallschaden stemmen, es geht einfach gar nicht. Schwerkraft. Aber, also ich lebe noch. Ja, ja, aber ich bin auch noch. Reste Runde bin ich auch auf 60. Ach so, nie wird es Detektiv. Lead, halt mal still. Das traue ich. Alter, ich hätte jetzt auch einfach dich erschießen können, ne? Ja, ich trau dir. Cool, hier liegt meine Kugel, jetzt erschieße ich meine Kugel. Hä, warum bin ich gut gelebt worden? Weil, weil, weil es einen Detektiv gibt. Ja. Und er lebt noch. Jetzt, jetzt muss ich ja wieder arbeiten. Das ist ja voll krass eigentlich, dass sie wieder leben können. Ob ich es schaffe, da rüber zu springen? Oh, bei der löde ich. Ob ich es schaffe? Ob ich es schaffe? Probieren wir es mal. Nein! Oh, ich leb noch. Lol. Hier, schaut mal, Bad. Make me Papa sitzt direkt neben der Leiche. Passt mal auf auf den. Hast du nicht die Leiche da runterfallen lassen? Nein, das hier war meine Leiche. Wer hat das gesagt? Das ist meine Leiche. Hör mal, Leith, hast du nicht einfach grad wirklich die Leiche neben ihn gedroppt? Ich bin's clever, ich weiß. Nice. Aber du kannst es nicht sein, du machst keine Anstalten. Das sei denn, du... Ich würde dir so gerne in den Kopf schießen, Leith. Alter, eins Maul, du Spacko. Komm her. Ja. Genau, ja. Irgendwer hat geschossen. Bad, 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 Bad. Ah, nachladen. Ah. Ah. Das ist alles gut. Das ist ärgerlich. Noi, wieso bist du nicht tot? Weil du nicht Headshotten kannst. Weil du nicht Headshotten kannst. Ey, der war doch aber... Ach nein, ich vergesse immer, was wir spielen. Ja. Ich ziehe immer auf den Kopf. Warte mal ganz kurz. Wenn ich auf den Kopf schieße und angenommen man schießt ein bisschen höher, dann hätte ich ja trotzdem in deinen Kopf schießen müssen. Moment. Was? Ja, ja, genau. Was auch immer. Winchester. I don't want this. Ne, ich hab dir auf den Kopf geschossen. Ich hab dir auf den Kopf gezählt und du bist nicht gestorben. Hey, Winchester. Die kurze Familie. Ja. Ja, Supernatural. Supernatural! 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 Don't guess it! Also, ohne Scheiß. Ich hab die Serie ja wirklich verachtet am Anfang. Aber die neue Staffel ist ja wirklich gut gemacht. Die neue Staffel. Oh Gott. Ich bin noch in Staffel 9. Also... Oh, ich spoiler nicht. Please don't spoil. Das ist noch preparing. Das ist eigentlich die einzige Serie, wo ich da mal einen Spoiler umbringe. Oh, ich bin Date. Hey. Ich bin grad eben beim Hochklettern schon mal runtergefallen. Warum macht die Mäusefalle damage? Weil es eine Mäusefalle ist. 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 Aber wer, wer, wer denkt denn, dass, dass die... Wir haben doch vorhin sogar schon drüber geredet, Alter. Ja, fickt euch doch einfach alle, Alter. Die einzigen Menschen, die das nicht verstehen haben. Ihr seid alle ignorant. Ihr seid ignoranten. Fafa. Wer hat Fafa geschrieben? Vor seinem Tod. Alter, ich trau mich nicht. Brodo, 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 warum schießt du auf mich? Warum zielst du auf mich? Alter, ich probiere hier hochzulaufen, du Eierhalts. Habt ihr gehört? Ach, hä? Warte, egal wo ich hingehe. Rechts von mir desmontat, links von mir Steve. Und ich muss ja irgendwo hingucken. Geradeaus kann ich ja nicht laufen. Ich habe gerade einen Traitor getötet. Eierhal. Eierhal. Wie rot ist es mit einem Error? Mit einem Error. Mit einem Error. Nein, das ist... Wer hat den Error? Ich habe angeblich einen Error. Ey, ich habe nicht alle Grafiken festgeladen. Nein! Oh, ich hasse diese Map. Oh, ich lebe noch. Oh, ich lebe noch. Warum liegen hier zwei Tote, Frodo? Wer ist das? Weil da Steve gerade eben... Ich habe einen Traitor getötet. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Nein, nein, nein. Desmontat's Traitor. Rechts oben. Sonst wärst du doch tot. Alter, die Fresse. Du hast auf mich geschossen. Du kannst bloß nicht zielen. Ich hab dich nicht geschossen. Warte, ich kann mir Desmontat holen. Soll ich? Ja, mach das. Ich bin innocent. Ich bin doch innocent. Ich bin doch innocent. Das ist Steve. Der ist runtergefallen. Wer ist Detektiv? Wer ist Detektiv? Da, Melodia. Geh mal da rüber. Ich habe einen Traitor getötet. Geht da jetzt nicht rüber. Scheiß gehe ich da rüber. Das Montat war nicht so. Scheiß. Ich war doch innocent. Oh, Leute. Da wurde wer erschossen. Ich sorge immer nur für Verwirrung. Es war also Frodo. Nein! Oh, es war so knapp. Wie viele haben noch gefehlt? Es waren ja immer noch so viele. Übrigens. Ja, ja. Wer war denn der andere? Achso, Fafa hat verkackt. Oh, dabei habe ich... Wie viele gerade geholt? Vier hintereinander? Ich habe Batted, dann bin ich die Sekunde zu spät getötet. Eins, zwei... Ich habe es gesehen hier. Drei, vier... Mann, und darum. Hast du denn hier angerichtet eigentlich? Oh, ich hätte vor allen Dingen aus der... Aus der Ecke... Hätte ich ja dann alle wegsnipern können. Die noch übrig waren. Jemals, ich habe dich gesehen. Ja, ja. Aber Steve zum Beispiel... Steve zum Beispiel stand auf der anderen Seite. Den hätte ich mir ja easiest holen können. Hast du aber nicht. Ja, weil es noch nicht so weit war, Steve. Es ist aber nicht. Es kommt hier nicht mehr raus. Loll. Ich brauche es nicht, darüber zu springen. Diese Springsteals sind eher nicht so gut. Die muss ich anfangen. Ja, aber es war doch Preparing! Hals! Mein Gott, ey! Ich bin innocent, ey! Ich kann dich halt nicht mal töten jetzt. Ja, ich meine, ich kann nicht auf das Moment schießen, weil der hat ja danach immer noch weiter geschossen. Der ist ja noch schießen um die Ecke gekommen. Der Arsch! Oh nein, das war dumm! Jetzt hätte ich mich fast selber umgebracht.